Ich hatte mich schon warm gemacht. Von der Reckstange. Ja. Die Reckstange, das ist der Bötscher. Ja. Der Bötscher, das ist die Reckstange. Ja. So, pass auf hier. Also, Rissenkirch. Ja, ich bin ja nicht blöde. Bedeutet, schönen Finger nach vorn. Ah ja. Und vor allem aushängen. Du musst... Hänge. Jetzt schämt er sich bei den Passanten. Ja, jetzt mach es. Es ist kalt hier. Du musst aushängen. Meine Muskeln wären kalt. Die Arme dürfen nicht angewinkelt sein. Ja, es sind ja. Und erst wenn du... Du musst die Füße ein bisschen zu groß... Ja. Du nervst. Lena, ist die Kamera bei... Ja. Kümmer. Lena, du musst schön dann auch filmen. Der nervt ohne Ende, der dem. Ja, quatscht. Du musst filmen, wenn dann wirklich das Doppelkinn über der Stange ist, dann gilt's. Okay. Ja. Okay. Also... Jetzt los. Auf die Plätze, fertig. Jetzt aushängen. Und... Nee, nee, du hängst, nee, du hängst. Nee, 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 das zählt nicht. Nee, 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 du musst aushängen. Wenn ich hängst. Wenn ich hängst. Wenn ich hängst. Wenn ich hängst. Das geht's. Das schafft es nicht. Ich will dich sehen gleich. Das schafft es nicht. Jetzt ist er gesprungen. Ich dachte, das ist eine klare Sache. Das ist nicht zu schaffen. Warte. Warte. Das ist nicht zu schaffen. Das ist nicht zu schaffen. Warte. 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 Ohne Rissgriff. Also mit den Fingern da hinten. Das soll ja leichter sein. Hör! Kommt ihr Familienvater? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.